Also für mich ist es so, dass nicht das eine oder das andere interessanter ist, nur das einzige, was quasi bei einer historischen Figur ist. Also ich fühle mich immer so verantwortlich, irgendwie fühle mich immer so ein bisschen wie so eine Anwältin von, wenn jemand wirklich gelebt hat, kann man, hat man so ein bisschen das Gefühl, ich kann jetzt nicht so drauf los einfach spielen. Es war zwar jetzt so für mich in dem Fall nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss eine Charakterstudie, der Gunter Stölzl machen, darum ging es ja auch in der Serie nicht, aber man hat wie so, erstens hat man Vorlagen, man kann sich quasi an was orientieren und aber geistert ist es für mich so vor allem dieses seltsame Verantwortungsgefühl, dass ich so dieser tatsächlichen Person gegenüber habe. Geht mir auch so. Geht mir auch so. Geht mir auch lo employ. Geht mir auch.